Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und damit auch einen wunderschönen Start in die neue Handelswoche. Momentan traden wir bei ungefähr 17.250 US-Dollar. Wir haben ein Höheres hochbekommen. Die Short Order wurde getriggert, die ich in die Signalgruppe gepostet habe, beziehungsweise auch in die Talk-Gruppe. Der Trade läuft. Wie wir jetzt damit weiter fortgehen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Außerdem, wie ist der Fahrplan jetzt für den heutigen Tag noch oder vielleicht noch bis morgen? Schauen wir uns alles an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne in die Telegram-Gruppe, beziehungsweise in die Signalgruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und lasst einen Kommentar mit euren Altcoin-Wünschen da. Und wenn wir schon beim Thema Altcoins sind, ich habe heute Morgen das Altcoin-Update hochgeladen. Keine Ahnung, wie viele Altcoins da jetzt drin sind. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ich habe versucht, alle eure Wünsche hier nachzugehen. Ethereum, Polkadot, Matic, Cardano, Kawa, alles Mögliche, auf was ihr Bock habt, könnt ihr euch dann angucken hier bei den Timesteps, auf welchen Altcoin ihr eben Lust habt. Und damit jetzt genug Werbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 17.250 US-Dollar. Wir gucken mal ganz kurz auf den Daily Close, weil das ist eigentlich so der spannende Teil. Und zwar haben wir es auch gestern nicht geschafft, ein höheres hochzubilden. Also wir haben ja gesagt, okay, die 17.175 bzw. 17.200 US-Dollar, das ist die Grenze, die wir gerne hätten mit einem Daily Close. Haben wir nicht geschafft. Wir hatten wieder einen nicht so allzu bullischen Daily Close geschafft. Momentan sind wir über dieser Grenze, mit einem Start in die Woche, aber auch wieder mit einem großen WIG. Und das ist eben das, was noch ein bisschen so verunsichert. Wir haben uns die Liquidität, die hier drüber lag, bei den 17.336 gefischt. Das war auch der Short-Impuls, den wir eben hatten heute Morgen in der Gruppe. Die haben wir uns jetzt gefischt. Und jetzt kommt es darauf an, wie werden wir den Daily Close abschließen. Schließen wir da drüber, ist es einigermaßen bullish, schließen wir nicht da drüber. Also da drunter finde ich, dass die ganze Geschichte dann schon wieder ein bisschen bearish ist und wir auf jeden Fall nochmal mit tieferen Kursen rechnen müssen. Ja, jetzt gehen wir ganz kurz in die kleineren Timeframes. Ihr seht hier auf dem 4-Stunden-Chart, was auch so ein Grund war, warum ich eben in diesen Short reingegangen bin. Wir haben hier im 4-Stunden-Chart den 200er SMA. Und den haben wir das letzte Mal getestet. Das war hier vor diesem Abverkauf am 8. November. FTX-Crash, ihr könnt euch alle daran erinnern. Da war das letzte Mal der Test und jetzt befinden wir uns eben wieder an diesem Widerstand bei ungefähr, was haben wir hier, 17.450 US-Dollar. Und das ist so für mich ein Short-Indikator, vor allem wenn wir hier über 50 bzw. 60 beim RSI sind. Und da sind wir. Wir sind eindeutig in einem übergekauften Bereich. Außerdem haben wir eine 4-Stunden-Barrish-Divergence, die auch noch mit dazu spielt. Heißt, höheres hoch im Chart, aber tieferes hoch im RSI. Klare Barish-Divergence. Dann schauen wir mal auf meinen Lieblingsindikator momentan und zwar Trader's Reality bzw. wo sind unsere Vektor-Candles. Wir haben weiterhin hier unten bei den 16.436 unsere Vektor-Candles zum Abholen von letzter Woche. Wir hatten einen schönen Daily Open wieder mit einer schönen Vektor-Candle. Aber trotzdem, ich traue der ganzen Sache nicht, weil montags immer so ein kleiner Falls-Move ist und die Bewegung hat jetzt im Endeffekt einfach nur die Liquidität geholt. Und wenn wir jetzt den Indikator nochmal auf den 1-Stunden-Chart anmachen, will ich nochmal auf die Psi-Range hinaus. Das habe ich ja gestern nochmal ganz kurz angesprochen. Die liegt bei ungefähr 17.059 US-Dollar. Wir hatten einen schönen Breakout mit einer Vektor-Candle, was wir sehen möchten. Aber wie gesagt, gefällt mir alles nicht so wirklich gut. Außerdem, jetzt machen wir den Indikator wieder mal ganz kurz aus, 4-Stunden-Chart, nochmal ganz kurz der Blick. Was hier auch interessant ist, dieses Hoch hier drüben, wo wir eben gerade angesprochen haben, wo für ein Daily-Close extrem entscheidend sein wird, haben wir auch nicht mit einem 4-Stunden-Close durchbrochen. Wir hatten zwar diese Wigs hier wieder mit einem 4-Stunden-Chart, aber eben nur wieder diese Liquidität abgegriffen. Und das ist alles, was uns ein bisschen bearish stimmt, deswegen die Short-Order nochmal jetzt ausführlich erklärt. Und für mich weiterhin eher die Chance, dass wir weiterhin hier unten in Richtung 16.500 US-Dollar gehen, die Vektoren abholen. Und dann können wir meines Erachtens wirklich nochmal einen Start hier oben in die 18k-Region starten. Warum? Weil hier oben dann die nächste Liquiditätszone liegt eben. Das heißt für mich Fahrplan runter mit der Short-Order und dann nochmal einen neuen Abtrend nach oben hin starten. Vielleicht passt das dann sogar mit unserem kleinen 5-Teiler, den wir letzte Woche hatten, beziehungsweise 3-Teiler. Das heißt diese 3 Wigs nach oben, diese 3 Abtrends nach oben. Und dann gegen Ende der Woche eben dieser Dump dann wieder. Weil ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass diese 18k so schnell durchbrochen werden. Das ist dann eher für mich so ein Indikator, okay, oben nächste Short-Order. Und dann möglicherweise in Richtung Lower-Low zu gehen. Weil dieses Lower-Low ist weiterhin meines Erachtens nach komplett im Play. Und sollten wir auf jeden Fall nicht ausschließen. Gut, ausführlich jetzt über Bitcoin geredet, glaube ich. Das ist jetzt zumindest so der kurzfristige Fahrplan, short gerichtet. Jetzt gehen wir in Richtung Ethereum. Und hier wundert es mich, habe ich auch vorhin schon in die Gruppe geschrieben, wundert es mich, dass wir hier kein höheres hochgebildet haben. Zumindest momentan nicht. Weil hier oben liegt auch noch eine kleine Short-Order. Ihr seht hier oben dieses Risk-Verhältnis 2,34%. Vielleicht noch ein bisschen über diesem WIC hier drüber liegen. Bei ungefähr 1,347 muss ich mal noch gucken. Aber auch hier 200er SMA, Widerstand. Wir traden hier ein bisschen drum. Haben aber noch kein Higher High. Und ich will hier auch unbedingt dieses Higher High haben. Hat einfach den Aspekt, Liquidität eben hier drüber holen. Bearish Divergence auslesen. Dann die Abfahrt zumindest hier runter in das Golden Pocket bei ungefähr 1,220. Aber das ist so der gleiche Fahrplan, den wir letzte Woche schon hatten. Der aber für mich immer noch weiterhin aktiv ist aufgrund der Widerstände, die einfach über uns warten. Solange wir hier nicht wirklich mit einem 4-Stunden-Close, sage ich jetzt mal, über diese grüne Zone hier oben rüberkommen bei 1,350 US-Dollar, sehe ich schwarz. Kommen wir da drüber, könnte uns eine enorme Rallye zumindest mal bis 1,433 und wenn nicht sogar hier oben in die 1,550er-Region erwarten. Das wird aber dann, denke ich mal, erster Fall sein, wenn Bitcoin auch ungefähr die 18.000 US-Dollar knackt. Dann kann es relativ flott gehen. Bis dahin möchte ich auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Long-Position aufmachen. Aber die werde ich mir dann erst hier unten in diesem Bereich aufbauen. Je nachdem, was sich so in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen so andeutet. Gut, dann haben wir noch Matic. War ja auch ein Wunsch, den wir vor allem gestern im Alcon-Update mal ausführlicher angesprochen haben. Trotzdem, hier warte ich auch nochmal auf so einen kleinen Short-Impuls hier bei einem Higher High bei ungefähr 0,95. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Klar, den Impuls hatten wir schon. Trotzdem, wir gehen mal in die kleineren Timeframes. Ein Stunden Chart wäre es meines Erachtens sogar nochmal möglich, aufgrund dieses Short-Volumens, was hier unten noch gebildet wurde, dass wir nochmal so ein kleineres Higher High kriegen. Einfach um die Liquidität auch hier oben eben abzufischen. Und dann, sag ich mal so, diesen Fahrplan hochzugehen mit einer Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart und dann zumindest mal in dem Bereich der 0,89 US-Dollar vorzustoßen. Wir kommen dann hier schon wieder in den Bereich des 200 der SMA. Aber auf dem 1-Stunden-Chart muss man auch dazu sagen, 4-Stunden-Chart deutlich, deutlich effektiver zumindest. Dann Cardano. Auch ein Wunsch, der gestern sehr, sehr oft kam. Hier befinden wir uns weiterhin, wenn ich das jetzt richtig sehe, zumindest in einem deutlichen Abtrend. Und Long Order gibt es hier noch keine. Wir haben ja hier gesagt Spot. Der Spot-Boden wurde hier perfekt erreicht. Trotzdem, wir haben jetzt die Ineffizienz hier oben rausgenommen. Das zeichne ich euch nochmal ganz kurz ein. Hier in diesem Bereich wurde abgefischt, beziehungsweise mit einem kleinen Higher High. Wir gehen ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart. Wie es eben hier aussieht, da seht ihr, okay, schönes Higher High. Vom Volumen her könnte es sogar ein bisschen höher sein, aber trotzdem, wir haben die Liquidität hier oben abgefischt. Und dann gleichzeitig noch die 4-Stunden-Supply-Zone gefüllt. Jetzt wird es interessant werden, denn wir bilden hier gleichzeitig noch so ein kleines Rising Wedge, was auch noch interessant wird. Also hier bin ich auch momentan zumindest eher short gerichtet, so wie im Gesamtmarkt momentan, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Dann XRP noch ein kleiner Blick. Abtrend gebrochen mit, ich sage jetzt mal Retest, aber den würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ernst nehmen. Wichtiger ist, wir haben immer noch kein Close über unsere hier 40er US-Dollar-Cent-Marke geschafft. Also auch hier nichts wirklich Bullishes, 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart, weiterhin starker, starker Widerstand. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen Breakout. Vom RSI würde es vielleicht hinkommen. Vom Volumen ist weiterhin hier oben dieser Bereich um 0,42,50. Das ist der Bereich, auch den ich als Short-Setup, glaube ich, auch in die Gruppe gepostet habe. Also das sind die Bereiche, die wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Gut, dann noch ganz kurz zu den News. Avalanche im Aufwind durch neue Partnerschaft. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Avax hat vom Chart-Technischen nicht wirklich reagiert. Klar, ich glaube, hier ging es 4-5% nach oben. Hat aber jetzt eine Partnerschaft mit Alibaba, also dem chinesischen Amazon. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, beziehungsweise der Artikel müsste schon in der Telegram-Gruppe drin sein, wegen unserem Bot. Aber gut, schaut euch das gerne an. Ansonsten lasst dem Video doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und morgen kommt, geht es dann weiter mit Beginner-Guide-mäßig. Aber eher so ein Allgemein-Video. Welche Börsen sind vor allem für Anfänger relativ gut. Schaut euch das gerne morgen an. Morgen früh Update. Nachmittags dann nochmal so ein kleiner Teil vom Beginner-Guide. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und ansonsten guten Start in die Woche. Erfolgreichen Trade. Hoffentlich geht unser Short-Trade noch ziemlich weit runter. Beziehungsweise eröffnet noch einen neuen Ethereum-Short. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.